Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Lost in Random, Folge 10. Und zwar werden wir heute hier weitermachen, wir haben ja letztens aufgehört. Nachdem wir da eingeschlafen sind. Und wir sind ja mit diesem Boot mitgefahren, wo der Tod lauerte mit diesen beiden zu Skelett gewordenen Dieben. Und da ist Ivan ja eingeschlafen und dann sind wir hier gelandet. Und genau da machen wir jetzt weiter. Dieser Teil nennt sich jetzt passenderweise auch Ivans Albtraum. Und ich würde sagen, das passt wohl. Ich würde sagen, genau da machen wir jetzt weiter. Wir laufen hier einfach mal den Weg entlang und schauen, was passiert. Wer ist das? Ei, du staubst zerfallen. Naja. Ich finde diese Stimmen, ne? Dieses Englische, diese Stimmen. Ich finde das so knoffig. Ach, ich finde es richtig süß. Also, da spielt jetzt nicht unbedingt was für Kinder, würde ich jetzt mal so ganz stark behaupten. Weil es hat doch so gruselige Zähne an sich. Ja. Vielleicht nicht für jedermann. Oh, diese Eben-Gurl, die du immer noch nennen möchtest? Sieht wie ein gemachtes Name zu mir. Ist ihr erstes Name Gett? Nein. Eben ist sogar ihr erstes. Put ihn an Bord, mein Charakter. Ihr Majesty will now just how to make you talk. Ja, es ist ein leicht gruselig angehaucht, die ganze Geschichte hier. Aber trotzdem ein sehr, sehr schönes Spiel, muss ich echt sagen. Wo ich jetzt hier rein? Oh Gott. Was passiert hier nur? Also, mir macht das Spiel richtig Spaß. Ich bin wirklich... Ja, es hat mich in seinen Bann gezogen. Ich bin wirklich gespannt, wie das hier weitergeht. Ob wir die Odd finden, die kleine Schwester von Eben, beziehungsweise die große Schwester. Eben ist ja selber noch... Ist ja gerade mal elf Jahre alt, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und es ist natürlich noch relativ jung. Dafür macht sie hier so ein großes Abenteuer, muss ich sagen. Respekt. Das muss man sich auch erst mit elf Jahren auch erst mal trauen, hier sich alleine so auf den Weg zu machen. Ja, seine Schwester retten zu wollen. Das ist mit Sicherheit nicht jedermanns Sache. Muss man auch ganz klar feststellen. So, bin ich jetzt hier im Irrgarten gelandet oder was passiert hier? Hier geht es nicht weiter. Dann gehen wir mal hier voran. Da ist anscheinend auch schon wieder Sackgasse. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen aufgeschmissen, weil ich gerade nicht so wirklich weiß, wo ich lang muss. Da steht noch jemand. Dann warf ich mal hier den Berg hoch. Da ist nichts. Aha. Okay. Soll ich da jetzt reinspringen oder lieber lassen? Ivin ist mutig. Aber ich nicht. Ach, ging ja noch. Ich dachte, das wäre tiefer. Oh, um Gottes Willen, was ist denn hier los? Das ist kein Albtraum. Das ist kein Albtraum. Das ist die Hölle. Das ist zum Geier. Oh. Oh. Hey, Even. You finally made it. Good to see me. If it really was so good, what took you so long? Right. You take forever to get here and now I'm supposed to just follow you back? Please. You abandoned me, Even. You left me to sink or swim in a horrible new world. And guess what? I swam. What did you want, Even? To go on a big adventure? To use me as some sort of, what? Motivation? Some grand excuse? Because from what the Queen's told me, you've been running around in every district, just having a great old time, while I've been here suffering. See you. Do you think you've been running around? Is this a very weird thing? Do you think you've heard? Do you know what's happening? Do you know what's happening today? Du wirst diese tragische Geschichte haben. Du wirst so viel mehr interessanter für alle von dir in OneCraft sein. Oh, poor, brave, even, versucht und verabschiedet, ihre Freundin zu retten. Insofern sollte ich mich glücklich sein. Ich weiß endlich, wer ich bin. Oh nein, das ist mir. Ich weiß endlich, wer ich bin. Können Sie das gleiche sagen, Even? Ich habe mein Haus gefunden, mein wahrer Haus. Die Queen's Love ist schwer, aber sie wird mich nie abandondern. Du wirst das nicht von mir entfernen. Also ich will nicht, dass ich gespürt werde, okay? Ich habe sogar verändert. Und es ist Zeit, dass du es auch gemacht hast. Der wahrer Dice bringt Ordnung. Die Queen bringt Ordnung. Und du, alles, was du bist, ist ein Agent von Chaos. Oh, ich habe irgendwie ein ganz schlimmes Gefühl. Oh, was wird dir denn so gierig, so giftig auf einmal? Hier zieht das Kind den Rest seines Lebens verbringen wird. Eine schöne Kindheit sieht anders aus, oder? Mit zwölf ist man ein Kind. Mit zwölf will man andere Dinge machen, aber noch nicht so was. Na ja. Schauen wir mal. Geträumt. Wir haben bloß geträumt. Eine neue Errungenschaft. Auf dem richtigen Weg. Die kleine ist so süß, oder? Mein Gott. Wie spricht denn da Will Smith? Hört sich an wie Will Smith, ganz ehrlich. Die Stimme, die so, kommen wir bekannt vor. Dich? Die Stimme, das ist das. Maier, die roh. Die Stimme, die zu einem anderen. Manche jugend, die Menschen in der anderen Seite gibt. Ich finde, die lauter Böse waren. Die zu einer anderen Fangen, habe ich auf lebih komegranativen etwas verbringen. Man kann das so machen. Man kann das sogar machen. Also, find deine Kraft und calm dich. Weil das kreiber wird, war das letzte Mal. Herzlichen Glückwunsch, Evan. Alles Gute zum 12. Puppetilies grüßen, oder? Dicey vollständig aufgewertet. Dicey hatte sein ursprüngliches sechsseitiges Selbst wieder und war nun bereit, ein bisschen zu rocken und zu rollen. Schauen wir mal, wie er rollt und rockt. Aber erstmal laufen wir dem allgegenwärtigen Geist hinterher. Dann schauen wir mal, welches Schicksal uns dahinter erwartet. Und ich würde sagen, wir würfeln schon mal. Die Schattenseite. Soll sich das jetzt gut anhören oder lieber nicht? So. Bisschen Moneten mitnehmen hier. Fünftdimensionale Schach. Erkunde fünf Dingsbombs. Na ja. So, dann schauen wir mal uns hier so ein bisschen um, ob es hier irgendwas zu holen gibt. Ob jetzt wieder dieser Kartenputzi. Gucken, was der so anzubieten hat. Na, die Logik ist nur seine Logik. Da da da! So, nehmen wir noch was mit hier. So, 200 haben wir noch. Die können wir nicht leider. Dann lassen wir das erstmal. So, jetzt gehen wir mal kurz auf unseren Kartendingsbums hier. Da bin ich vollständig. Boah. So. Was mache ich hier eigentlich? So. Keine Ahnung, ob ich das jetzt alles so richtig gemacht habe. Wir werden es sehen. Oh, ist passiert wieder was? Hallo. Naja, es war nicht wirklich gesperrt. Ich habe es geöffnet, aber naja. Verschiedene Ansichten. Immerhin schon zwölf. Oh, nicht gut genug. Das ist gegen unsere Regeln. Oh, sicher. Eine kleine Mädchen mit einem Dice. Immerhin schon zwölf. Oh ne. Naja. Dann schauen wir mal. Ah. Oder mich erwischt die dumme Sohn. Verdammter Scheißdreck hier. Jetzt aber... Kann ich ja noch gar nichts haben. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es interessant. Oh, die Beiner oder? Das war's für heute. So, dann nehmen wir uns mal die Pfeile. Ich will hier mal vorankommen. Das war das. Ach, ich wusste es. Sie sind doch noch geschützt, die Wichser. Wie finde ich das denn jetzt? Ah, was ist das denn? Beschwöre eine Uhr, die Gegner verlangsamt. Ah, das hört sich gut an. Er kommt. Da nehmen, du Vollpfosten. Das war's für heute. Das bringt mir jetzt nichts, weil ich keine Waffe mehr hab. Das war jetzt weniger. Das war's für heute. 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 Dann schauen wir mal weiter hier. Was hat der denn zusammen? Das war's für heute. 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 Alles. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Sind das jetzt für Viecher? Schauen wir mal, was uns hier noch so erwartet, in dieser verrückten Stadt. Ach Gott, nee. Hätte es mal gelassen. Machen wir dich erstmal langsamer. Geh'em, Dicey! Geh'em, Dicey! Geh'em, Dicey! Endlich, endlich mal das Gescheites abholen. Jetzt hat er mich erwischt, die Mistzau. Was war das? Schon die nächsten Wichser. Aber egal. Was war das? Was war das? Was ist das? So, jetzt haben wir auch erledigt. Wo geht es jetzt rum? Hier nicht. Dann gehen wir einfach mal die Leiter hoch. Sprich mit Sean. Dann gehen wir einfach mal. So, das haben wir erledigt. Sollen wir mit Sean sprechen? Das war ja auch noch offen. Wo ist das? Das ist bestimmt Sean. Das ist nicht Pentakel. Ah ja. Na ja. Ihr macht das schon. Das will ich aber trotzdem noch mit Sean sprechen. Aber das scheint hier nicht mehr. Möglich zu sein. Das heißt, wir gehen da gleich mal die Leite hoch. Ah ja. So. Wo komme ich ja her? Gehen wir hier mal rum? Wo geht's nicht rum? Ah ja. Das ist schön. Und das ist so, wie du siehst. Da hab ich schon gesehen. Ich habe das gedacht. Aber das ist so, was ich? Ja. Ja, es war unmöglich für mich. weil wir narrativs niemals sehen, was passiert ist in unseren Räumen. Ah, ist der Schorn? Ja, auf den mal wiedersehen. Das sakrale Studio, Kartenmacherstraße, untere Ebene, das Schrein des Visionärs. Das hört sich irgendwie gut an. Gehen wir da mal hin. Oh Gott. Ei, das ist noch leer. Gut. Ah, Gott im Himmel. Wie geht die mir jetzt hier ab? Was muss ich jetzt mal hier? Was? 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 Ah! Jetzt ist er mir in die Luft. Du auch. Boah, was geht denn hier ab? Boah, was ist denn hier Sache, Alter? Boah, was ist denn hier Sache, Alter? Boah, was ist denn hier Sache, Alter? Boah, was soll ich hier sein? Oh Gott. Oh Gott. Dasselbehen wir, Ivan. Ich bin das Visionärr. O Gott. Zeit ist nie so linear. Du hast es mir einmal gesagt. Ich habe dich schon lange gesehen. Das alles scheint ein bisschen... ...unlücklich zu sein. Vielleicht dieser... ...strange... ...flöte-person. Bitte. Du bist nicht der einzige, der sieht... ... was... ...haha! Nichts egal. Ich sollte ihn nicht beantworten. Die Zeit ist kurz, also ich werde nicht charistisch direkt sein. Ich bin einer der sacreden Kartenmacher. Es gab fünf von uns, es gibt es aber immer noch fünf von uns. Ah, okay. Wir haben alle Karten imaginbar gemacht. Außerdem, wir arbeiteten für diesen Parten von Random. Diese fünf Tropen. Bis die König-Band nach totale Amen. Mit deinen Karten, mit den Zahlen, die Regionen die Stringen die for Jahre emotional wurden. müssen sie errichten. Der Zukunft schlägt, ...mamenten. Du bist sogar eine Krise, ... und eine Möglichkeit für beide Seiten. Ich kann nicht durch die Regionen sehen. continues durch die Reine. Find die anderen Kartenmachern. Wir erschaffen deine Traumkarte. Ja, das hört sich sehr, sehr gut an. Die Traumkarte. Sehr, sehr schön. Da sind wir wieder einen bedeutenden Schritt weiter in dem ganzen System hier. Befreie die Malerin. Sie können Dinge sehen, die Sie nicht können. Und ja, das war beeindruckend. Aber sie wusste auch die Unterschiede zwischen Novelty und Angst. Oh. Was hat das jetzt wieder zusammen? Achso, das ist eine Seilbahn oder was. Das ist ja mega. Mega. Einfach nur mega. Das sakrale Studio. Herzlich willkommen. So. Ah, ich wusste es. Mal erst kämpfen. Mal. Ah, Tricksaktor. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Okay. Ich weiß nicht! Oh, diese Kämpfe. Oh, diese Kämpfe. Ich muss gleich auch mal irgendwas mit den Karten ändern. Ich kriege ja gar kein Schwert mehr. Ich kriege ja gar kein Schwert mehr. Ich kriege ja gar kein Schwert mehr. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, I've seen your coin before. Convince that you're different. Oh, you're special. And that you lose hard. And I'm still trapped here. All that changes is that you die a little sooner than otherwise. And that you're not. So, no, I'm not. Now, if you please, scram. Was für eine blöde Alte. Oh, my. Oh, boy. Where did you find that? This... This changes everything. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. Oh, my. We paint your dream card! At least I could do that. � Sehr, sehr schön. Gehen wir hier mal die Treppe hoch. Oder? Aber jetzt machen wir erstmal hier Folgendes. Da sind die ganzen Karten. Da sind die Karten. Was ist auf den richtigen Weg? Jetzt haben sie den Erzähler erführt. Wer erzählt ihnen jetzt die Geschichte? Oh Gott. Was passiert hier nur? Oh Gott. Ja, das hab ich auch. Ich auch. Ich weiß nicht, was es ist. Ich weiß nicht, was es ist. Der Zahnradfahrt. Was hat das denn wieder zu sagen? Oh nein. Ich wollte die Kiste haben. Oh Gott. I won't give up. I won't give up. The view was as beautiful as it was hopeless, and it undermined the one universal truth. Even could never defeat the queen. She's on her top of the mountain with her breath and succeeded. The card makers have given her a hopeless task. And to the fools just feel an effort, full of sound and fury, it amounts to nothing. Oh, no. It's fine. God. Even knew the sight was doomed. She should just give up and die right now. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Oh du scheiße immer mehr das werden wir überleben irgendwie irgendwie sonst ist es wieder den frosch dabei nehmen wir ist immer gut den erst mal so was haben wir denn hier das ist mal wieder ein bisschen frisch hier nehmen wir mal arschloch mann du muss weit von der weg sein und dann schnell sein sonst kommt die fotze macht alles kaputt so ich wohl so gedacht ja ich brauche nur ich brauche nur ein paar feile so die ist geschichte jetzt muss ich nur die die fücher hier wieder zu finden da wird ja wohl kein problem sein ist nämlich um einiges einfacher ja eine feile ob ihr seid hier ja 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 erledigt nochmal da lang wer bist du achibald allow me to introduce i am the leader of the cult of three heads i have devoted my life towards the one true few have there mostly in times long past the heads would be worshiped but now 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 the visionary is blind he sees the world as it is you have not met the divine yet wanderer and know this if you do you will truth will follow Oh Gott, die sind ja alle sehr positiv gestimmt. Das denn schon wieder zu sagen? Leuchtet schon auf den Dreh, das ist echt nicht einfach. Boah. So wie das nix. Das ist jetzt aber nicht einfach. Mein Gott. Aber das bringt mir doch jetzt glaube ich nicht viel, oder? Boah, leg mich doch am Arsch. Boah. Okay. Ah, no. Hey, I have to. Well, I have to keep it. Ich sehe nix. Oh, was ein Kacke. Oh, was ein Kacke. Oh, 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 and everyone can flip their personalities whenever they want. It's crazy. It's kind of scary. I guess, yeah. Anyway, guess what? I've decided to go on an adventure. Like you. Horribly amazing, you mean. Only, uh, I'm a little lost. Can you help me? Thanks. Okay, so I've got a string I'm leaving behind for safety, so I can always get back to here. But I don't know where here is. Oh, god. When we start. War das jetzt gut oder schlecht? War das jetzt gut? Oh nein. Sonnenschein. Sonnenschein. Einmal versuche ich es noch, dann ist aber Schluss. Sonnenschein. Okay. 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 Oh, I could put my candy in their exhaust pipes. Stuff it in. Okay. The candy is definitely gumming them up. And they're staying down as I walk by. Okay. Okay. I'm doing it. I'm... And then we'll... No way. I can't stop my adventure now. Can you try finding another talky thingy? Then you can help me more. Then... Ah, war doch erledigt. They wouldn't. They wouldn't. He was going to die. And they were going to die. And it was going to be much sooner than ever than expected. They weren't going to die. Got you, yeah! Ah, war doch. You got to die. This is the town. I'm here. I'm here. Okay. You got to die. You got to die. I'm here. You got to die. I'm here. I'm here. I'm here. You got to die. Oh Gott, was das denn jetzt zu sagen? Dicey, über da! Go on Dicey! Dicey, über da! Dicey, über da! Dicey, über da! Go on Dicey! Ah, das ist gar nicht so einfach! Dicey! Go on Dicey! Passt! Mann! Scheiße! Boah, das kriegst du gar nicht hin, ja! Dicey! Dicey! Meiner Fresse, ey! Dicey! 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 Sie haben eine bestimmte Reihenfolge oder so? Ja, ausgetüftelt. Wir haben es geschafft. Jetzt aber schnell. Schnell. Komm schon. Komm, lauf doch. Leck mich doch, ey. Hintertie verdammte Rätseln. Das hat jetzt wieder zu sagen hier. Oh Gott. Ah. Hi. Boah. 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 Leck mich, Arsch. Ich sehe überhaupt nicht mehr, genau. Oh, was für ein Geier geht denn hier ab? Oh, was für ein Geier geht? Oh, was für ein Geier geht? Vielleicht haben wir einen Geier geht. leck mich am Arsch ja natürlich sonst geht's gut hier in der Hölle angekommen wie geht denn jetzt ab hier 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 so wo sind wir denn jetzt hier die sind auf jeden Fall lebenswichtig hier 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 Simon 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 ist das denn jetzt aufgegangen es ist das Sehr gut. Ziehen wir's durch. So, den Kleber haben wir befreit. Freue den Alchemisten, ach Gott. Hat der zu sagen? Das ist schön, Benjamin Rohr. Das ist, weil sie überall sind. Also, in der Zeit in der Zeit, sie brachten all sorts von Wasser. Lüquid, Ho... Blübers... Und es gibt viel mehr Pops hier, als irgendwo anders in All-Random. Sie gehen sehr tief. Lassen, diese Babys haben nur diese... Diese Black-Goo kommt von Umar-Nows-Wer. Warum? Es schützt die Roboter, was auch immer es ist. Und es... Ich habe... Nein, nein, nein. Du kannst nicht aufhören. Danke für das Gespräch. So, wir laufen jetzt hier rum. Oh Gott. Jaja, ein tapferes kleines Mädchen. So weck, mit so vielen kleinen, kleinen Dingen. Sie schützt die Zeit, um ihren eigenen Hübers, und wusste, in den Gefahren ihrer Sonn, dass sie... ... die Fülle... Fuck, was geht denn jetzt ab? Weiter, weiter, ja. Oh! Habt ihr das gesehen? Wir lassen uns von nichts aufhalten. Von gar nichts. Ja, zwischendurch darf es auch mal ein bisschen Musik sein, oder? Mach schön weiter, du machst es gut. Wer weiß, wann ich das nächste Mal so einen schönen Song hören darf. Oh Gott. Hast du mein Buch gefunden, mein Chats? Was? Ich der schon wieder. Evan, du bist zurück. Einem Ort, wo... Äh... Ich... Ah! Es ist ein gigantes Monster vor mir. Und ich glaube, er ist wunderschön. Ja, er ist definitiv wunderschön. Hey, Evan. Was muss ich wissen, um das Schwachbuckling in etwa 10... sch OFF? Es war nicht... In fact, both Evan AND Bernie würden überlangt tot sein werden. forgotten. Unw вч- Ach, da ist der Geist. Well, well, Fievel, meet E. Well, how'd you end up here, even? Incredib- me? Why, after the storm killed our shit, eh? Is that why they call it Thor Town, you think? Well, even the Fievel, don't be rude. But she has a dice. Aye, that I did. Oh, but he can talk. Dice are amazing. Have you really met? Oh, wow. It's just... What? It's good to see you again, even. Oh, I... I was afraid of losing my head. And kindness brought me back to my son. Bye, even. Bye, even. Bye, talking Dice. Bye, guys. Even was never going to win and she finally admitted that to herself. She already knew in her heart that her dreams were a lost cause. Oh, I feel sick, Dicey. You're right. I know you're right. But I just have this sudden, inexplicable scent of bread. You know? Yeah, I feel like a weird mouth. I haven't seen the card makers in years. They never leave the factory anymore. Hey, is this on? Anyone out there? Bernard to ground control? Hello? Even? Yeah, I sure did. I think... Even, I'm somewhere new now. It's not like... I don't know. But that's okay. I'm in a place... Didn't look like Dice, even. A whole... Oh, cool. There's some monsters here, too. Robots and the like. I don't know what they want. You've always been... But you don't need to watch out for me anymore. I've got this. You... You've helped me. And I'm who I am now because of who you... I don't think I will be. Oh, hello! What's your... Burn, baby, burn! Oh, god. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Oh, god. Wo führt uns das alles noch hin? Raise the stakes with a new card! Ah- Das war's für heute. Das war's für heute. Oh Gott, was ist das denn schon wieder, schon wieder in der Schattenküche hin? Es may have looked like even knew what she was doing, but it was all a bluff, and she was going to get mortally wounded any second now. Oh jeez! Oh fine. I believe in you too, Dicy. Was ist das? Was ist das? Bis zum nächsten Mal. 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 Was ist das? Das war's für heute. Get him, Darcy! 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 Over there! Get him, Darcy! 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 schön Sie sind alle so dankbar heute Sie wollen Sie eine Karte in der Kriege Ich bin nicht sicher, die Visionärer immer Sie wissen, dass die Königin in Sixtopia Sie sind nicht So dann muss Sie auch wissen, dass Sixtopia ist von den Rest von Rand... Nur so? Sie können nicht von jemandem in Randam Sie denken, dass wir hier in den Ruhigen unserer Welt sind, wenn wir sie erreichen können und etwas über das Wie ich... Sie wissen? Nein, aber Sie... Ich weiß mehr als die meisten. Ich weiß ihre Geschichte Ich weiß, was sie getan hat Was ich nicht wissen, ist, warum sie... Ich weiß nicht... Es gibt Dinge, die ich auch nicht wissen Ich kann nicht... Ich kann nicht sagen... In all meine Studien, all ich habe Determine ist dies... Wenn es tatsächlich etwas ist, die Königin Es ist nicht irgendwo hier in Randam dass ich... Und jetzt... Ich weiß nicht, dass Sie 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 sind ein kleiner Kind! Ich... Ihre Freundin wurde von der Königin Dann muss Ihre Freundin nicht mehr werden... Sie sind alle so... Öflich! Ehrlich! Ah, da ist es! Es ist ein kleiner Kind! Jetzt, gib mir eine Kugelte von Ihren Oh! Bitte! Tragik und Wissenschaft! Sie haben beide ihre Kosten! Jetzt brauchen wir etwas aus Ihrer Stadt! Das war enthalten von Schrauben. Das ist kein Problem! Und endlich... Perfekt! Wie immer, kann ich sagen... Du wirst einen Kugelte von mir Du wirst keine Kugelte von mir Geht! Du wirst keine Kugelte von mir Geht! Wie ein Mensch wie eine Kugel wartet, wenn es etwas getan wird Geht! 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 So, ich würde sagen... Wir machen jetzt doch bis zum nächsten Speichern und dann ist Schluss... Das ist jetzt schon... Sehr, sehr lange hier... Sehr, sehr viel geschafft! Die solle kleine Mädchen war weit von ihr Und sie liebt mich, dass sie sich jetzt aufhören sollte und aufhören Oh, ich vermisse meine Eltern, Dicey Ich weiß... Aber... Aber ich vermisse sie... Ach ja... Da geht es anscheinend nicht rum... Ach nee... Da eine fürchterlich ist... Nicht schon wieder... Da linha nur zuge sein. Nein, Gott! Weiss mit was das! Das war's. 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 Das war's.